80 Euro im Monat habe ich bezahlt für Fitnessstudio. Ich weiß, das glauben Sie mir nicht. Ich sehe nicht so aus, als ob ich ins Fitnessstudio gehe. Gut, es ist jetzt auch schon ein Weinchen her. Ich gebe das zu, aber trotzdem, ich habe mir das ernsthaft vorgenommen. Ich wollte da richtig trainieren. Zwei Jahre lang habe ich da berappt. Das hat zusammen 1920 Euro gekostet. Was habe ich am Ende gemacht? Ich stand auf dem Laufband. Also gefühlt mindestens zu 90 Prozent. Ja, und jetzt hier bei Pearl TV sehe ich, dass es also viel, 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 viel günstiger geht. Und vor allem viel, viel praktischerweise. Man kann das zu Hause machen, Mensch. Ist das nicht toll? Und hier unser Laufband, das Sie auch hier schon in Aktion sehen. Das hat nämlich noch einen ganz besonderen Trick, weil selbst wenn bei Ihnen jetzt vielleicht nicht ganz so viel Platz sein sollte, damit geht's, oder? Ganz genau. Das ist ein Laufband für wirklich jedermann. Und liebe Zuschauer, kein Platz ist keine Ausrede mehr. Denn wenn Sie sagen, ich möchte wetterunabhängig trainieren, ich habe mir die guten Vorsätze fürs neue Jahr gemacht, mehr Aktivitäten, mehr Bewegung, palästige Funde loswerden und natürlich auch was Gutes fürs Herz-Greislauf-System tun und machen, dann bitte aber gelenk schonend, dann ist das jetzt genau Ihr Laufband. Denn wenn man von Hometrainern spricht, hat man normalerweise riesengroße Geräte, die viel, viel wiegen, die man einmal irgendwo platziert und danach wirklich nur noch mit drei oder vier Personen aus dem Raum geschafft bekommt. Sie wissen wahrscheinlich, was ich meine. Es ist einfach nervig. Sieht unschön aus, aber man möchte natürlich was machen. Bequem, von zu Hause aus, ohne Berufsverkehr, ohne großen Zeitaufwand und vor allem ohne das lästige Wetter. Denn schauen wir mal kurz aus dem Fenster, liebe Zuschauer, es windet, es weht, es regnet, es ist einfach nur grauenhaft. Da möchte man nicht mal für die Fahrt zum Fitnessstudio vor die Tür gehen, geschweige denn laufen. Müssen Sie auch nicht, denn wenn Sie jetzt bestellen, kommt Ihr Laufband innerhalb der nächsten zwei bis drei Werktage zu Ihnen. Das zu einem spitzen Preis. Und liebe Zuschauer, vor allem super kompakt und platzsparen. Wir haben eine schöne großzügige Lauffläche von knapp über einem Meter, 40 Zentimeter breit und das Schöne ist jetzt, Achtung. Jetzt kommt's. Dieses Laufband, oh Trommelwirbel, dieses Laufband, liebe Zuschauer, lässt sich innerhalb von Sekunden super schnell zusammenklappen. Wiegt insgesamt übrigens nur leichte 16 Kilogramm. Die Lauffläche wird mit so einer schönen Stellschraube hier einmal eingerastet und schon ist Ihr Laufband nicht breiter als Ihr Bügelbrett. Knapp 25 Zentimeter, die man hier braucht. Sie sehen, wir haben wunderschöne gummierte Griffe hier, an denen Sie sich festhalten können. Und das Ganze jetzt im Bügelbrettformat. Unten gibt's dann nochmal Räder. Das heißt also, Sie können Ihr Laufband jederzeit über die Räder ganz komfortabel vom einen in den anderen Raum schieben, bringen und dann natürlich auch wieder aufstellen, so wie Sie es gerne hätten. Lauffläche wieder ausklappen. 16 Kilogramm leicht, wie gesagt. Man hört absolut nichts. Das kann man mit einer Hand. Stellt sich drauf und jetzt, Achtung. Wir möchten natürlich sicher trainieren. Und das machen wir, indem wir uns mit unserem Laufband verbinden, liebe Zuschauer. Das über einen roten magnetischen Notstopp-Schalter. Auf der einen Seite der Magnet am Bordcomputer unseres Laufbands. Auf der anderen Seite dieser kleine Clip, den ich mir zum Beispiel jetzt, wie gesagt, an den Kapuzenpulli mache oder auch ans T-Shirt, wohin Sie möchten. So, und dann starte ich, indem ich auf die Start-Taste drücke. Achtung. Timer läuft oder zählt runter. 3, 2, 1. Und dann geht es mit moderaten 1 kmh Geschwindigkeit los. Sie sehen, wunderschön gemacht und vor allem qualitativ sehr, sehr hochwertig. Wir haben eine schwimmungsdämpfende, ganz, ganz tolle, antirutschbeschichtete Lauffläche, die die Abrollbewegung des Fußes perfekt, wirklich ganz fantastisch umarmt. Das heißt also, unsere Gelenke werden geschont. Das kann man nicht immer, wenn man zum Beispiel draußen läuft, von dem natürlichen Untergrund sagen, denn da hat man oft harten Asphalt, der den Gelenken schadet, wenn man läuft. Dann, ganz toll gemacht, hier diese Griffe, an denen Sie sich festhalten können. Und ich mache das jetzt wirklich mal mit voller Wucht, liebe Zuschauer. Hier kann man sich gegenlehnen, hier kann man dran ziehen, da passiert absolut nichts. Dann, falls es zum Fall der Fälle kommt, dass Sie schnell unterwegs sind und außer Puste kommen sollten, dann trennt sich hier einmal dieser magnetische Notstopp-Schalter und die Lauffläche stoppt vollautomatisch. Ist das der Wahnsinn? Super, sensationell. So kenne ich das auch vom Fitnessstudio her. Und was ja nochmal ganz, ganz wichtig ist, wie du es auch gesagt hast, deswegen hatten wir damals ja auch, mein Arzt empfohlen, bewegen sich, aber draußen laufen, dafür sind sie zu schwer. Das ist nicht gut auf der Straße und so. So ein Laufband ist da gut gepolstert, deswegen habe ich mir das ja auch ausgesucht. Das ist hier auch der Fall, richtig? Ganz genau. Wir haben diese schwingungsdämpfende Anti-Rutsch-Laufläche, die die Gelenke einfach optimal schont und da natürlich auch nochmal nachfedert. Ganz, ganz toll gemacht, wirklich sehr geräuscharm, also auch für Mietswohnungen perfekt. 16 Kilogramm leicht und mit den Rollen, dass Sie die von Raum zu Raum verschieben können. Und dann natürlich ganz wichtig auch, das super, super komfortabel und ganz schnell wieder zusammenklappbar, 25 Zentimeter Breite, können Sie hinter die Haustür, hinter die Türe stellen, die Eingangstüre oder wohin auch immer, hinterm Schrank, liebe Zuschauer, sieht niemanden. Aber beginnen Sie, legen Sie los, die guten Neujahrsvorsätze sind noch da und deshalb bitte gleich zugreifen. Bei dem Spitzenpreis, Sie sehen es jetzt gerade und ich möchte es Ihnen gleich auch nochmal im Studio zeigen, dann übergebe ich aber das Wort an den lieben Lutz. Man kann hier nicht nur moderat drauf gehen, um die Mobilität wieder zurückzubekommen, die Aktivität, die Muskulatur zu stärken. Man kann hier natürlich auch mal ordentlich Gas geben, wenn man möchte. Das wäre dann was für dich. Gib Gas, Vivian. Ich nenne Ihnen in der Zwischenzeit mal unsere Bestellnummer. Das ist nämlich die NC5442 und die 569. Sie sehen das immer oben rechts von Ihnen aus gesehen eingeblendet. NC5442 und die 569. Unser tolles zusammenklappbares Laufband, 208,91 Euro. Jetzt unser Pearl TV-Sonderpreis für die nächsten zwei Stunden, ganz speziell für Sie. Sie wissen, das gilt immer zwei Stunden, deswegen schnell sein. Unten rechts sehen Sie dann auch immer, wie lange diese Frist läuft, bis zu der unser Spezialangebot gilt. Ganz wichtig auch noch zu wissen, ab 150 Euro für Sie alles immer versandkostenfrei. Hier natürlich auch in diesem Fall 208,91 Euro. Das kommt dann innerhalb von zwei, drei Tagen zu Ihnen nach Hause und ist vor allen Dingen auch derzeit lieferbar. Ganz, ganz wichtig auch, liebe Zuschauer, alle wichtigen Daten sehen Sie natürlich direkt auf Ihrem Display. Das heißt also alles, was uns interessiert. Die Geschwindigkeit in kmh. Sie haben es gesehen, ich bin eben auf 10 kmh gelaufen. Die Zeit, die Distanz und auch die verbrauchten Kilokalorien. Also ein ganz hochwertiger Bordcomputer, den man hier auch so neigen kann, wie man das gerne hätte. Spitzenpreis. Ich bin aus der Puste. Ja, wie ist das denn möglich? Meine Güte, sie ist unsere Sportskanone hier. Das liegt am dicke Bulli, liebe Zuschauer. Natürlich, bei mir auch immer. Das ist ja das Schöne, man muss ja hier nicht drauf sprinten, liebe Zuschauer. Kann man, wenn man möchte. Aber hier geht es natürlich gerade um das Gehen, das Bewegen, das Walken. Auch sehr, sehr beliebt. Kann man hier super machen. Wie gesagt, alle wichtigen Daten auf einen Blick. Und drei vorprogrammierte Sportprogramme gibt es über die Mod-Taste auch noch für Sie. 208,91 Euro. Wie gesagt, jetzt unser Pöll-TV-Sonderpreis für Sie, liebe Zuschauer. Ich nenne Ihnen auch noch mal die Bestellnummer. Das ist die NC Nordpol Cäsar 54,42 und die 569. Ja, und wenn Sie das jetzt mal gegenrechnen, ich sagte Ihnen ja eingangs, ich habe tatsächlich das mal im Fitnessstudio angefangen. Und das ist für München leider Gottes ein durchaus normaler Preis mit 80 Euro pro Monat. Ich habe, wie gesagt, 1920 für diese zwei Jahre insgesamt bezahlt. Jetzt können Sie sich selbst ausrechnen, bei 208,91 Euro hat sich das nach weniger als drei Monaten schon amortisiert. Von daher können Sie hier natürlich auch mit der ganzen Familie drauf trainieren. Das lohnt sich in jedem Fall. Und anschließend, Sie haben es gesehen bei der Vivian, anschließend machen Sie das Bügelbrett. Und dann kommt das Ganze wieder hinter die Tür oder hinter das Haus oder wo auch immer. Egal. So, also Sie sehen, es geht und damit kann man das wirklich zu Hause wunderbar machen. Und da ist es auch völlig egal, was für Klamotten man anhat. Wie gesagt, ich möchte Ihnen das nochmal kurz zeigen. Es ist super schön, super platzsparend, super kompakt, 16 Kilogramm leicht. Also das heißt, ich kann auch das gesamte Laufband spielend leicht hochheben. Aber wie gesagt, im unteren Teil auch nochmal die Rollen, um das Ganze natürlich bequem von links nach rechts, wieder hoch, zurück, vorne nach hinten, wo ich möchte, platzieren zu können. Dann suchen Sie sich einen tollen Film aus oder sagen Sie sich jedes Mal bei den Nachrichten zum Beispiel, da werde ich jetzt auf meinem Laufband gehen. Einmal rausgeholt, Stellschraube locker gemacht, schwuppdiwuppdi, Lauffläche nach unten geklappt und schon geht es los. Sicherheit steht hier an erster Stelle, aber auch qualitativ sehr, sehr hochwertig, dass Sie perfekte Sicherheit haben beim Training, dass die Gelenke geschont werden, magnetischer Notstoppschalter, schwingungsdämpfende Lauffläche. Und liebe Zuschauer, ganz viel Spaß, wenn Sie jetzt Ihre Neujahrsziele durchsetzen. Genau, so machen wir das. Zu Hause trainieren, bequem verstaut hinterher wieder und das, wie gesagt, zum Spitzenpreis. Ich sage Ihnen noch mal die Bestellnummer NC5442 und die 569. Die nächsten zwei Stunden speziell für Sie jetzt zum TV-Sonderpreis 208,91 Euro. Denken Sie an die guten Vorsätze, von daher, jetzt kann man das durchführen. Zu Hause vor allem schön bequem vor dem Fernseher, ist so eine tolle Idee, oder? Das würde ich jetzt ganz schnell anrufen oder online bestellen. Viel Spaß und Erfolg damit!